Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Komme ich zu meinem Arzt mit Grippe, sag dir nur der Nächste bitte. Genug. Mir reicht's, ich krieg ein Krampf und kauf mir heut noch einen Krampf. Weil's mir grad auch so pressiert ist, einer der auf Mann pressiert ist. Mit dem Viecherland alleine, so nützt die anderen nur mehr Schweine. An jeden Neger, jeden Russen kann ich das Viecherlaufe husen. Jeden, der ein bisserl schief schaut, führt ganz schnell ein Stückchen Kopfhaut. I den Staub mit euch, ihr Gfraster, ein Wort zum Hunderl und schon faster. Hab ich heute einen Dampf und stört mich während meinen Kampfhund. Wird unser Grenzenkirch Gast, Schiff, wärmer beide aggressiv. Furt sind Minderwertigkeitskomplexe, kostet mir ein, zwei Hundekekse. Zuhaugst du wie noch mehr ein Grund? Es kauft sich wie ein größern Hund.